Wir bleiben beim Thema Netzzugang, mehr oder weniger aus einer anderen Perspektive. Jetzt das Thema offene Netze, WLAN, Störerhaftung und so weiter ist ja eines der Kernthemen des Digitale Gesellschaft e.V. und hat uns auch hier beim netzpolitischen Abend schon öfter beschäftigt. Ich freue mich, dass Monique Meisel da ist von der Initiative Freifunk, eine der Mitgründerinnen der Berliner Initiative, um uns was zur Initiative selber, aber auch zum aktuellen Stand der politischen Debatte, um das Thema Störerhaftung zu erzählen. Herzlich willkommen. Ja, hallo, genau, vielen Dank, dass ich heute auch hier sprechen darf. Genau, also ich bin Monique, wurde ja gerade schon gesagt, habe vor über 15 Jahren mit anderen Freifunknet ins Leben gerufen und bin Mitglied im Vorstand Förderverein Freie Netzwerke. Als erstes möchte ich euch gerne ein Video zeigen. und achtet mal drauf, aber ihr wisst es ja vielleicht auch schon, Freifunk ist nämlich viel mehr als nur kostenloser Internetzugang. Ton? Kein Ton? Warum nicht? Ah, na, haha, Bingo. Ja, der ist nicht an. Hey, ich bin Lisa und ich bin Freifunkerin. Ich wollte endlich mal klarstellen, dass es bei Freifunk nicht nur um kostenlosen Internetzugang geht, sondern um viel mehr. Wir bauen gemeinsam ein freies und selbstverwaltetes Funknetzwerk, das alle Menschen in meiner Umgebung miteinander verbindet und das von niemandem einfach abgeschaltet werden kann. Mein Freifunkrouter läuft mit einer freien Software, der Freifunk-Firmware. Er verbindet sich mit anderen Freifunkroutern von Fensterbrett zu Fensterbrett, von Dach zu Dach. Aus vielen kleinen Funkverbindungen entsteht so ein großes dezentrales Maschennetzwerk, in dem die Daten von Knoten zu Knoten weitergereicht werden. Ich habe auch einen Teil meines Internetanschlusses freigegeben, den ich den anderen im Freifunknetz zur Verfügung stelle. Ein Internet-Tunnel sorgt dafür, dass die Daten umgeleitet werden und ich mir um die dumme Störerhaftung keine Gedanken machen muss. Macht es wie ich, damit wir überall ein offenes und freies WLAN haben, in dem wir durch unser eigenes gemeinschaftliches Netzwerk surfen, Daten teilen und kommunizieren können. Geht zu Freifunktreffen, gründet eine Gruppe, sprecht mit anderen über Freifunk. Seid mit dabei und funkt einfach frei. Ja genau, fand ich gerade auch übrigens ganz schön in Annas Vortrag. Telekom bezahlen, was verbindet. Bei uns müssen sie nicht bezahlen, was verbindet. Genau und einen weiteren Punkt würde ich gleich gerne klarstellen, nämlich diese VPN-Tunnels, die in dem Video erwähnt werden. Das ist ein Fix für die Störerhaftung, den wir gebaut haben. Das ist nicht sozusagen Teil der Ursprungsidee von Freifunk gewesen. Denn diese VPN-Tunnel nötigen uns dazu, zentralere Strukturen aufzubauen. Aber es ist eigentlich gedacht, dass wir einen Server, zu dem wir tunneln müssen. Und diese Server wollen wir eigentlich gar nicht haben, denn sie kosten Geld, weil wir da Internet-Traffic abschmeißen müssen. Der Traffic ins Internet kostet Geld, in diesen unabhängigen Netzen ja nicht. Das bedeutet Aufwand, diese Server am Laufen zu halten. Und vor allem machen sie eins, sie machen das Netz und den Netzzugang viel, viel langsamer, als er eigentlich sein müsste in so einem Freifunknetz. Ja und wie gesagt, sie stehen sozusagen gegen diese dezentrale Idee so ein bisschen. Und deswegen muss die Störerhaftung weg, damit wir die VPN-Tunnel wieder abschalten können. Genau und was bedeutet Freifunk dann jetzt konkret? Frei nicht wie in Freibier, wie gesagt, sondern freie Netze sind öffentlich und anonym zugänglich. Wir legen sehr viel Wert auf Datensparsamkeit und Datenschutz. Sie sind neutral und unzensiert. Sie sind keiner Geschäftsstrategie unterworfen. Sie sind dezentral organisiert, denn wir wollen Machtkonzentration und Hierarchien entgegenwirken. Und wir möchten ein Mende schaffen, indem diese Netze eben im Besitz einer Gemeinschaft sind. Es geht um die soziale Vernetzung von Menschen unter Verwendung von digitalen Medien und Freifunkers teilen ihr Wissen und ihre Ressourcen. Genau, wozu braucht man jetzt also diese freien Netzwerke nochmal mit diesen ganzen Konditionen? Ja, wie ihr hier ja regelmäßig erfahrt, wird die Informations- und Kommunikationsfreiheit im Internet zunehmend eingeschränkt. Ärmere und weniger technisch versierte oder ältere Menschen nehmen wenig oder gar nicht mehr am Informationszeitalter teil. Wir haben Marktversagen in den ländlichen Gebieten und großflächiges Public-Wi-Fi erweist sich selbst für die großen Provider als kein Geschäftsmodell. Und ja, und dann ist da noch eben, wie gesagt, diese Störerhaftung, die den Aufbau dieser freien und offenen Infrastrukturen behindert. Diese Störerhaftung, nochmal zur Erinnerung, ist eine weltweit einzigartige Gesetzeslage, nach der eben du für Dritte, den du deinen Zugang zur Verfügung stellst, haftest. Beziehungsweise für die Rechtsverletzungen, die sie begehen. Und die unklare Rechtsprechung in dem Zusammenhang durch das Telemediengesetz und eben vergangene Rechtsprechung führt zu so einer negativen Angstkultur, die im Ende darin mündet, dass wir kaum freie Internetzugänge haben, offene Internetzugänge haben. Wir haben genau zwei offene Hotspots zurzeit auf 10.000 Einwohner in Deutschland. Deutschland ist ein Entwicklungsland, was das angeht. Und nicht zuletzt sind Menschen auch einfach von Zugang zu Bildung, Information und Kommunikation abgeschnitten, wie im Falle von Geflüchteten. Der Gesetzesentwurf zur Neuregulierung des TMG, ja, ganz ehrlich, verschlechtert eigentlich diese ganze Situation nur noch. Er ist extrem realitätsfern. Die Bundesregierung versagt hier eigentlich ihrem Versprechen und ihrer Ankündigung, die Grundlagen für offene WLANs sozusagen zu bereiten, komplett. Diese Verschlüsselung, die hier gefordert wird in dem Gesetz, die verhindert ja schon den Aufruf von einer Vorschaltseite, auf der Mensch sich dann theoretisch einloggen sollte. Die Speicherung von persönlichen Daten, wenn, wie im Fall vom Freifunk zum Beispiel, keine Abrechnungszwecke vorliegen, widerspricht dem Datenschutz. Und so eine Erklärung, dass ich hier nichts Böses tue, wenn ich mich in diesem Hotspot einlogge, die ist wohl reichlich ungeeignet, Rechtsverstöße zu verhindern. Von den Kosten, die die Einhaltung dieser ganzen Auflagen mit sich bringen, würden mal ganz zu schweigen. Den Rückblick mache ich kurz. Ja, also im Grunde genommen, seit 2014 gab es diverse Stellungnahmen von uns, verschiedenen Verbänden, Professoren der Rechtswissenschaften. Es gab Initiativen von Freifunk und der DigiGas und anderen NGOs und eine Menge Gespräche mit Abgeordneten. Mit dem Ergebnis, dass die Bundesregierung erst mal beschlossen hat, die Verbreitung vom öffentlichen WLAN zu verhindern. Das Kabinett bleibt leider dabei, dass die angemessenen Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung, eben diese Verschlüsselung bestehen bleiben und die Registrierung genauso wie diese sogenannte rechtstreue Erklärung. Ja, ich verspreche, ich mache nichts Böses. Ja, der Status quo ist jetzt, dass sich die SPD und die CDU die Verantwortung hin und her schieben. Klingbeil hofft offiziell auf den parlamentarischen Prozess, nachdem er es innerhalb der Koalition nicht geschafft hat, Verbesserungen am Gesetzesentwurf durchzusetzen. Und ja, Zombeck fällt aus allen Wolken, als er bemerkt, dass die öffentlichen offenen Hotspots von Kabel Deutschland und Vodafone vielleicht auch nicht mehr so betrieben werden könnten und fährt jetzt einen Eierkurs, in dem er sagt, eine schlechte Stellung im Vergleich zur bisherigen Situation wird es mit mir nicht geben. Wie das jetzt im Detail genau aussehen soll, weiß keiner. Es wird jedenfalls mit dem Argument des Urheilrechtes da hin und her gepingpongt. In Wirklichkeit kann man aber erkennen, dass es eine Hidden Agenda von innen- und sicherheitspolitischen Gründen gibt, es geht um die Angst vor der bloßen Verfügbarkeit des anonymen Zugangs und zur Gefahrenzone Internet. Aber dieses Gesetz ist jetzt auch nicht besonders geeignet, um das damit zu fixen. Derweil sind die Freifunker ja wie gesagt nicht untätig und haben mit ganz vielen Abgeordneten gesprochen und es hat sich viel bewegt. In NRW und Sachsen-Anhalt wurde die Unterstützung auf Landesebene beschlossen. Im Thüringer Koalitionsvertrag steht wortwörtlich drin, die Freifunker sind zu fördern und zu beraten. Naja, ich sag mal, wir schauen noch mal, wer hier wem berät. Aber auf jeden Fall wird es am 6. November im Bundesrat auch eine Diskussion darüber geben. Der TMG-Gesetzesentwurf wurde bereits in einer Beschlussempfehlung Punkt für Punkt auseinandergenommen und im Endeffekt steht da drin, dass sie das ohne Wenn und Aber weghaben wollen, die Störerhaftung. Wie gesagt, darüber wird dann noch gesprochen und die NRW-SPD schließt sich komplett dem Entwurf der DigiGes an und hat aber noch einen Zusatz, wonach die Haftungsprivilegierung, also die Befreiung von der Störerhaftung, nicht greifen soll, wenn ein WLAN-Anbieter und ein Nutzer zusammenwirken, um Rechtsverletzungen zu ermöglichen, so als kleines Zugeständnis für diese Angstkultur. So, wie geht es jetzt weiter? Naja, wie immer, Grundrauschen in den Medien und Öffentlichkeit hochhalten, weiterhin versuchen, Einfluss zu nehmen auf den politischen Gestaltungsprozess, aber kommt noch was. Mit dem Abschluss der Gesetzesnotifizierung im September wurde nämlich eine Stellungnahme der EU aufgrund sozusagen unserer Anfragen dort dann letztendlich doch abgegeben ans BMVI und die haben wir gerade via Informationsfreiheitsgesetz angefragt. Das muss man nämlich erst mal befreien. Aber wir wissen schon so, was grob drinsteht, nämlich das Gesetz ist in dieser Form mit EU-Recht nicht vereinbar und auch nicht sinnvoll. So, was müsst ihr jetzt noch tun? Weitere Briefe an die, an eure Bundestagsabgeordneten schreiben. Wir machen das tatsächlich auch nicht per Mail, sondern ganz klassisch per Post, prgenerator.freifunk.net und wenn ihr Kontakte zu euren, zu MDBs habt, dann sprecht die persönlich an, dass sie sich auch diese Stellungnahme der EU besorgen und, naja klar, selbstverständlich, eine Freifunk-Nutz aufstellen, geht zu den Treffen der lokalen Gruppen, findet ihr unter community.freifunk.net und dann einfach mitmachen. Mehr Infos und Kontakt zur Störerhaftungskampagne findet ihr unter freifunk-stadtangst.de Vielen Dank.